Hallo, mein Name ist Steffen Trautmann, Geschäftsführer der Firma Maastrippen Trautmann. Unser Team umfasst im Moment 37 Mitarbeiter und wir suchen dich als Verstärkung unserer Mannschaft. Mein Name ist Pascal Jakob, ich bin 32 Jahre alt und bin der Standortleiter hier in Frankenthal. Ich betreue die Kunden hier in Frankenthal. Wenn jemand zur persönlichen Beratung kommen möchte, leben gerne zu mir. Warum bin ich jetzt hier und ich bin seit sechs Jahren hier bei der Firma in Frankenthal? Wir haben ein familiefreundliches Unternehmen, das heißt die Arbeitszeiten sind sehr, sehr flexibel gestaltet. Das heißt ich kann mir die Arbeitszeiten so legen, wie ich möchte, in Absprache natürlich von meinen Kollegen. Wir haben ein super nettes Team, wir haben flache Hierarchien, das heißt wenn was mit dem Chef zu besprechen ist, wir sind direkt dabei. Ein Büro weiter sind wir schon dort. Die Firma Maastrippen Trautmann gibt es mittlerweile seit 20 Jahren mit Sitz hier in Frankenthal-Pfalz. Hier haben wir unsere Produktion, unsere Ausstellung und auch unsere Montageleitung. Hallo, ich bin Alexander Serwein und ich arbeite seit vier Jahren in einem familiären Unternehmen und es macht mir echt zur Arbeit. Man sieht, was man herstellt. Schön ist auch hier am Standpunkt Frankenthal, wir sind relativ staufrei zu erreichen, wir liegen natürlich direkt an der B9. Das heißt egal ob mit Fahrrad, Bus, Bahn oder Auto, wir sind natürlich super zu erreichen, das ist ganz, ganz wichtig. Und was mir persönlich wichtig ist hier, wir haben einen direkten Kundenkontakt, wir haben eine schöne Kundenberatung hier in der Ausstellung, wir haben eine große Ausstellung, wo wir was zeigen können, was wir auch dementsprechend bauen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass der Kunde hier bei uns im Hause persönlich betreut wird. Wenn du motiviert bist und Lust hast, unser Team zu verstärken, dann sende uns eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten. Wir werden uns bei dir melden. Wir freuen uns auf dich. Das ist mir schon immer für sehr, 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 sehr blab. Vielen Dank.